Und, wie gesagt, so. Du machst jetzt noch mal ein bisschen was. Perfekt. Du bist sehr inspiriert. Du könntest dann wahrscheinlich hier wirklich ein gutes Bild malen. Ja, ist mir egal, wie es heißt. Was wird das? Ja, das weiß ich auch noch nicht so genau. Ich hab aber eine Idee. So, Erik, du bist verspielt. Und was machst du? Geschirr spülen, okay. Da du ja jetzt aber soweit bist, machst du deine Hausaufgaben. Deine Kinder kannst du erst mal verkaufen. Ah, er soll ein Stillleben werden. Gut. Gut. So, hast du deine Hausaufgaben gemacht? Mach deine Zusatzaufgaben noch ein bisschen. Löse Einsachschüler bleiben. Genau. Du kannst gerne in dein Bett gehen. Du kannst gerne in dein Bett gehen. Du kannst gerne in dein Bett gehen. So, und dann gehst du schlafen, wenn du fertig bist, wenn du fertig bist mit deinen Hausaufgaben. So. Los. Mach hin. Hier, Erik. Okay, du bist erst mal vorne eingepennt. Mach dir erst mal Spaß, Mädchen. Und dann ganz schnell. Nein. Aha. Das war die Gespürmeschühe. Ich würde schon sagen, hey, da ist doch irgendwas. Schlafen. Schlafen. Genau, Eleanor. Meine Güte, du machst heute auch alles kaputt. Liebes. Du solltest dir Spaß haben. Tschüss. Hörp, ah, guadu! Was ist das? So, Norbert, du machst dich jetzt erstmal nochmal hübsch als Mann. Oh, Daoba! So, Eleanor, wenn du soweit bist, dann... Darfst du... Hä? Wollte schon sagen. Fernsehen, komm! Nein, nicht Internet saufen. Fernsehen. So, weiter geht's. Oh, Mann. So. Johanna muss in etwa einer Stunde. Okay. Heißt, Johanna... Was sie essen... Und... Kanal schauen. Von mir aus, äh, Kochkanal. Herbert. Du bist doof. Setz dich da hin. Hör auf zu plaudern. Und du setzt dich, gefälligst, da hin. Machen wir, glaub ich, äh, meinen Sheet hier aus. So, ich glaube nämlich, das macht ein bisschen was her. Und du darfst... So, fleißig. Erstmal Freunde kennenlernen. Und du musst zur Schule. Lass. Du musst noch dein Buch schreiben, bevor du hier... Schreiben. Ein anderes Buch. Für Kinder. Der Direktor der Klasse startet heute Erik einen Besuch ab und soll... Korrekt verhalten... Alle sollen sich korrekt verhalten und den Unterricht nicht stören. Leider ist das Kind hinter Erik. Ignorieren. Ein anderes Buch. Die heutige Post wurde zugestellt. Aha. Hallo, wie geht's dir denn? Hallo, bist du bekloppt? Rechnung bezahlen, eh... Ja. Meister. Brunch servieren. Spinatfritzata. Eleanor. So, zeig mal, was du kannst, Madame. Du hast vier Stunden Zeit. Los! Ja, komm. Also, ich brauch keine vier Stunden, um zu kochen. Na los, mach hinner. Also, ich hab manchmal das Gefühl, Sims ist ein bisschen verbuggt. Habe ich aber auch nur manchmal im Gefühl. Naja. Angespannt, weswegen das denn, ha? Spaß, dann mach dir Spaß. Und du, hast du deins? Doch, wie viel muss man denn noch machen? Du solltest mal dringend auf die Toilette gehen, Madame. Anstatt zu futtern. Ja, dann geh. Nimm dir dein Essen weg. Ja. 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 Mach mal hier, dein Gourmet-Obstkuchen. Herbert isst auch nochmal was. Ja, von mir aus. So. Los, komm. Du musst in zwei Stunden zur Arbeit. Ah, ne, ist Herbert. Du in 24 Stunden erst. Okay. Trotzdem. Bin gekocht. Bin gekocht. Oh. Oh, du musst schon eigentlich seit einer Stunde bei der Arbeit sein. So, geh auf den Klo, mach dir Spaß, Mädchen. Du musst aufs Klo, Erik, dann geh. Hier aufs Klo. Hier aufs Klo ist niemand. Geh. Hier, Erik. Manchmal bin ich kurz noch vor dir eine zu klatschen, am liebsten. Aufräumen, du. Hör auf zu schlafen. Räum dein Zeug auf. Und du hör auf da oben bei deinen Eltern zu schlafen. Nein. Du setzt dich da hin und guckst Fernsehen. Opa, hock dich hin da. Und guck Fernsehen. Meine Fresse. Hierbei könnt ihr euch unterhalten. Nein, tut er nicht. Nein, tut er nicht. Du hast mir jetzt einen Spätkin. Suna, Nibnob und Loi, Afflen, Wadeda, Dennis. So. 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 Als Soziales dann... Die Maschinen. Außen. Nein. Kontakte knöpfen. Chatten. Hör auf. Hör auf, habe ich gesagt. Boah, chatten mit. Mit mir. Ja. Gelangenweite war jetzt hinab, merk mal. Lass deine Schwester schlafen. Schlafen. Dein Vater macht das. Schlafen gehen, Jungchen. Gott, das reicht. Niedrig ist okay. So, mach mal. Du musst am schnellsten nicht das machen. Du musst ins Bett schlafen gehen. Du hör auf da. So, mach zumindest einen Gärtner. Genau, dein Mann. Jetzt geh wieder schlafen. Los, dann Dusch. Hm. Genau, jetzt dich frühs um vier. Satt. Hm, kochen kannst du gerne dann, Eleanor, nochmal einen Schokokuchen. Schokokuchen. Denn Erik soll jetzt nämlich altern. Aber das alles in der nächsten Folge. Ich wünsche euch soweit einen schönen Tag und alles viel Spaß. Danke fürs Liken, vor allen Dingen kommentieren und allem sowas. Ähm, favorisieren, liken, teilen, kommentieren, vor allen Dingen kommentieren. Ich möchte eure Kommentare mal haben. Und dann wünsche ich euch einen schönen Tag. Auf Wiedersehen und tschüss. Tschüss! Tschüss! Tschüss!